Finanzmarktwelt präsentiert den XDB-Morgenticker vom 20. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die Aktienindizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden im Laufe der heutigen Sitzung überwiegend höher gehandelt. Zu Beginn der neuen Woche setzen die Anleger die gute Stimmung fort, die von der Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen getragen wird. Die chinesischen Indizes steigen um 1,30 bis 1,50 Prozent, der koreanische Kospi notiert um 0,85 Prozent höher, der japanische Nikkei gibt um 0,60 Prozent nach und der australische S&P ASX 200 notiert um 0,20 Prozent niedriger. Der US-Dollar verlor gegenüber allen Währungen aus der Gruppe der zehn wichtigen Industrieländerwährungen, während der Währungsindex der Schwellenländer auf den höchsten Stand seit Februar stieg. Der US-Dollar verliert, weil die Anleger bereits eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent für die erste Zinssenkung der Federal Reserve im März des kommenden Jahres einpreisen. China hat die Referenzzinssätze für Kredite wie erwartet unverändert gelassen. Ein schwächerer chinesischer Yuan begrenzte eine weitere Lockerung der Geldpolitik, da die Entscheidungsträger die Auswirkungen früherer Stimulusmaßnahmen abwarteten. Derzeit liegt der Fünf-Jahres-Zinssatz in China bei 4,2 Prozent, während der Ein-Jahres-Zinssatz 3,45 Prozent beträgt. Beides war auch so prognostiziert worden. Die Rating-Agentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Italiens bei BAA III belassen und den Ausblick von negativ auf stabil angehoben. In einem in den sozialen Medien veröffentlichten Kommentar erklärte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti, er sei zufrieden mit dem Ergebnis. Die Ölpreise stiegen, nachdem bekannt wurde, dass die OPEC Plus zusätzliche Kürzungen der Ölversorgung in Betracht zieht. Das nächste Treffen der Gruppe wird Ende dieses Monats stattfinden. Kryptowährungen notieren leicht höher, nachdem sie Ende letzter Woche eine tiefere Korrektur erfahren hatten. Bitcoin fiel sogar auf 36.000 US-Dollar, während andere Coins mehr verloren. Ethereum war erneut schwächer als der Markt und fiel auf ein Niveau von 1.910 US-Dollar, über 10 Prozent von den Höchstständen des ersten Teils dieses Jahres. Die Rückgänge wurden durch die fehlende Annahme von ETF-Anträgen durch die US-Börsenaufsicht SEC und die Verlängerung von zwei Anträgen verursacht. Darüber hinaus gab die SEC weitere Empfehlungen heraus, nach denen die Fonds aktualisierte Anträge erneut einreichen müssen. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.